Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Rund und Augen offen halten. Jawohl. Juhu. Das war Spaß. Klingeln Sie. Klingeln. Bremsen. Bremsen. Gut gemacht. Im Straßenverkehr müsst ihr immer besonders gut aufpassen. Kinder, bedankt euch bei den Polizisten, dass sie sich heute die Zeit genommen haben, um uns etwas so Wichtiges beizubringen. Dankeschön. Das haben wir sehr gern getan. Wenn ich groß bin, möchte ich auch Polizeiwachtmeister sein. Und was magst du besonders gern am Beruf des Polizisten? Ich mag gern die Trillerpfeife. Sehr gut gemacht. Aber als Polizist muss man noch einiges mehr können, als nur zu pfeifen. Oh ja. Unsere Arbeit ist ganz schön anstrengend. Wir haben jede Menge wichtiger Sachen zu tun. Wie... ähm... Die Polizei löst rätselhafte Verbrechen und fährt Autos mit Blaulicht. Nina, Nina, uh, uh. Ganz genau, Freddy. Also gut, wir müssen jetzt wirklich weiter. Und nicht vergessen, immer schön die Ohren und Augen offen halten. Boah! Wer hat denn den Baum dahingestellt? Ja. Das ist kein sicherer Platz für einen Baum. Ich werde das notieren. Gefährlicher Baum im öffentlichen Straßenverkehr. Ha! Seht ihr, Kinder? Ein Polizist ist nie fertig mit der Arbeit. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt vier, sieben, sechs, acht? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von Schorsch. Oh, der Punktestand ist hoch. Aber wohin ist meine Zwiebelgeschichte verschwunden? Es tut mir leid, Kinder, aber ich kann euch die Geschichte leider nicht vorlesen. Können Sie sich vielleicht noch an die Geschichte erinnern? Ja. Dann erzählen Sie uns den Rest. Gute Idee. Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kaspar Zwiebel. Hihihi. Er wollte am liebsten alle anderen zum Lachen bringen, aber stattdessen brachte er sie zum Weinen, weil er eine Zwiebel war. Was für ein wunderschönes, trauriges Ende. Oh nein, Madame Gazelle, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Oh, ich verstehe. Fahren Sie fort. Kaspar Zwiebel sagte, ich ziehe in die Welt hinaus und lerne, wie man lustig ist. Er traf eine Tomate und die Tomate sagte, setz einen lustigen Hut auf. Aber die Leute weinten immer noch. Er traf eine Banane, die sagte, zieh ein paar lustige Schuhe an. Aber die Leute weinten immer noch. Kaspar Zwiebel wollte schon aufgeben, da flüsterte ihm eine Ananas ins Ohr. Was könnte die Ananas wohl gesagt haben? Setz eine lustige rote Nase auf. Trag mir lila Perücke. Das ist gut. Aber in Wirklichkeit sagte die Ananas, mach doch was Lustiges, Kaspar Zwiebel. Kaspar Zwiebel machte was Lustiges und alle lachten. Sie lachten und lachten und lachten. Das war's. Ganz herrlich. Ich glaube, das hat uns doch allen gefallen. Die Eltern sind gekommen, um ihre Kinder abzuholen. Ich war gerade im Buchladen, Mama Wutz. Da stehen überall ihre Bücher. Was genau meinen Sie mit 4, 5, 3, 9, 6, 7? Also, ehrlich gesagt... Das Ende muss man wohl entschlüsseln. Ja, ja, sehr modern. Sehr gut gemacht, Mama Wutz. Dankeschön. Also, hier kommt uns Freunde sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricket-Schläger. Spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricket-Spieler. Kikik. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Peppa. Du bist raus, Papa. Du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mitten drin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen? Äh, ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Oh, sie sind aber auch süß, Frau Schnabeltier. Sehr sogar. Also, liebe Leute, Zeit für den Heimweg. Ihr übernachtet heute bei uns zu Hause, Peppa. Yippie. Das war ein wunderschönes Picknick im Outback. Können wir morgen noch mal so eins machen? Wir können noch tausend andere tolle Sachen machen, solange du hier bist, Peppa. Oh, supi. Gute Nacht. Gute Nacht. Peppa und Schorsch schlafen tief und fest nach ihrem ersten Urlaubstag bei Katinka Kingu. Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh. Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Garzelle. Oh, natürlich, klar. Garzelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal da, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren? Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da hab ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Hurra! Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte! Okay, hüpfen! Wow! Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen... Dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals auf keinen Fall irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal! Kleine Fische! Das sind Klaunfische. Klaunfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guckt doch mal da! Ein großer blauer Seestern! Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh! Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, sich hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke. Genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Pepper. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, Schorsch? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Wow! Schorsch hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa, hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Äh, ja. Das viele Gold muss ja ein Vermögen wert sein. Ich glaube doch. Komm ich dran. Ich kann Seilspringen. Ich kann singen. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Ich kann tanzen. Ich kann mich gar nicht für eins entscheiden. Ich hab ja so viele Talente. Keine Sorge, du kannst dich morgen entscheiden. Na gut. Heute ist der Talenttag. Meine Talente sind Seilspringen, singen und tanzen. Ich habe gestern den ganzen Abend geübt. Also, ich habe gestern Abend Fernsehgucken geübt. Das ist kein Talent. Das hat Madame Gazelle gesagt. Was soll ich dann tun? Wer möchte uns zuerst sein Talent zeigen? Klausi Kleff? Ich kann Trommel spielen. Ich kann auch noch lauter. Nein, das war wunderbar, Klausi. Pedro Pony, was ist dein Talent? Zaubertricks. Hier ist ein Glas mit Wasser. Es ist nass und durchsichtig. Ah. Und jetzt lasse ich das Wasser verschwinden. Oh. Bitte schließt die Augen. Öffnet eure Augen. Oh. Das Wasser ist verschwunden. Dankeschön. Emily Elefant. Ich spiele jetzt Blockflöte. Und was ist dein Talent, Luisa? Ich kann einen besonderen Ton. Das geht nur, wenn ich auf Zehenspitzen stehe. Das war aber sehr gut. Ja. Aber was kann ich zeigen? Molly, was ist dein Talent? Seilspringen. Ich wollte doch Seilspringen. Seilspringen. Luisa Löffel, Zoe Zebra, Luzi Locke und Peppa spielen gern Seilchenspringen. Ich mag Sand. Ich mag Meer. Ich sag, Luzi, komm zu mir her. Ich mag Ping. Ich mag Pong. Ich sag, Zoe, du auch jetzt komm. Ich weiß, was wir machen, wer von uns am längsten springen kann. Ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zoe gewinnt. Hurra. Hurra, hurra. Pedro, möchtest du auch mit Seilchen springen? Nein, danke, Peppa. Ich mach Hula-Hoop. Drulla, rulla, drulla, rulla, drulla, rillerei. Hula-Hoop, hula-hoop. Eins, zwei, drei. Oh! Wie viele Runden kannst du, ohne zu stoppen? Eine Million und drei. Boah, das ist oft. Los, wir zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das waren acht. Ich bin geradezu müde. Den Rest mache ich später. Kannst du Hula-Hoop, Emily? Ich habe da so meine ganz eigene Art. Emily Elefant kann Hula-Hoop mit ihrem Rüssel. Hurra! Das waren bestimmt schon 100. Schorsch will gerne Boxspringen. Schorsch liebt Boxspringen. Also Boxspringen für alle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten bitte. Ihr bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang bitte für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm... Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir. Auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond. Oder doch? Nein. Wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Oh. Wow. Oh weh, es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro, bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh. Es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Oh. Also gut. Oh. Oh. Hereinspaziert. Schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy, Pepper. Keine Sorge, Sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? Das ist zwei Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hurra. Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. Festhalten, bitte. Oh, das ist wirklich hoch. Oh. Puh. Gut, dass es vorbei ist. Fünf Riesenradrunden für zwei Euro. Fünf Riesenradrunden? Oh nein. Hereinspaziert. Tretet näher. Messt eure Kraft beim Hau den Lukas. Was muss man da tun? Also, Sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingelt die Glocke. Dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst. Aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. Zwei Euro. Hui. Aber Opa, Schorsch ist doch auch klein. Und er muss trotzdem warten. Wääh. Ja. Schorsch ist noch klein. Also, dann muss er auch nicht warten. Hihi. Hoi. Oh weh. Linus und Schorsch rutschen die ganze Zeit. Opa. Dann sind wir denn mit dem Rutschen dran. Keine Sorge, Peppa. Sie werden schon nicht so lange rutschen. Hach. Mir ist so langweilig. Mir auch. Dann lass uns doch schaukeln. Hihi. Hihi. Pedro Pony sitzt auf der Schaukel. Hihi. Pedro, kann ich jetzt mal schaukeln? Ich will nur ein ganz kleines bisschen noch. Aber du sitzt da doch schon seit Ewigkeiten drauf. Opa Wurz, kannst du mich ein bisschen anschubsen, bitte? Ich denke, jemand anderes ist jetzt mal dran mit Schaukeln, Pedro. Aber ich muss bald nach Hause gehen. Oh, verstehe. Das ist was anderes. Ich werde dich anschubsen. Aber Opa. Hihi. Hihi. Mir ist so langweilig. Mir auch. Mir auch. Und wir fahren Karussell. Alle wollen Karussell fahren. Zu viele Kinder auf dem Karussell. Alle Mann runter. Oh. Aber Opa Wurz, ich war doch als erstes da. Aha. Dann kannst du also zurück aufs Karussell. Ich muss aber auch drauf. Oh, warum denn das, Luisa? Ähm, weil ich glaube, ich hab bald Geburtstag. Oh. Oh, okay. Und ich auch. Oh, in Ordnung. Sind alle Mann bereit? Ja. Stopp. Es sind ja gar keine Jungs auf dem Karussell. Ähm. Ha, ha, ha. Also. Sind jetzt alle Mann bereit? Ja, um das zu reparieren, sind wir hier. Oh. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Bagger, Bagger. Schau, schlieb, Bagger. Hier rüber, Herr Rinau. Okay, Boss. Herr Bulle ist der Boss. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf. Boah. Wir drehen das Wasser ab. Schorsch liebt Kräne. Wir holen das alte Rohr raus. Und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Oh, kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Oh, weh. Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren. Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch. Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen. Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt noch mal auf dem Heimweg. Pepper und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen. Hallo zusammen. Hallo, Pepper. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Brumm. 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 Kommt, ihr Spine in den Sandkasten. Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf. Und ich bin der Boss. Oh. Brumm. Brumm. Zehn Uhr. Hurra. Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Ha, 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 ha. Festhalten. Herr Bulle wartet auf dem Bus. Oh, einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikklagen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Allor, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für Tag. Supermarkt. Wiedersehen. Musikladen. Wiedersehen. Endstation. Tierärztin. Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Oma Wirt. Oma, los. Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also, es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Pedro Pony und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Pedro pflanzte die Bohne ein und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... Schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir George, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf. Und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Grrrr. Tufti-Tapp, Tufti-Tapp, der Tufti-Tapp fährt jetzt ab. Keuch und schnau, Keuch und schnau, Tufti-Tuffi-Tapp. Ah noch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh! Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Klepp. Ahoy-O! Hallo, Opa Klepp. Ist Opa Klepp auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich habe meinen Fahrschein wohl verloren. Oh, Jemine. Miau. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Mary Pedro, du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tuf, tü, 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 tü. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Au, ja. Hahaha. Hahaha. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann. Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Krach. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wundere dich nicht, der redet nicht so viel. Krach. Krach. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Siehst du, hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. 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 Angekommen. Freuen Sie sich nun auf den Allseits Beliebten, Mister Kartoffel. Hurra. Wo, ist das eine große Kartoffel? Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich! Wir sollten alle Sport treiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Ähm. Warum sind sie nicht so klein wie eine normale Kartoffel? Weil er eben keine normale Kartoffel ist. Er hat Beine. Normale Kartoffeln haben keine Beine. Er ist eine Superkartoffel. Wir sehen jeden Morgen ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir wieder. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra! Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Eine Erbse. Wunderschön. Und Petro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und Schorsch hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa. Beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut. Wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Ist es ein gefährliches Spiel? Nein, Pedro. Opa Clef hat mir versprochen, dass es ein ganz harmloses Spiel ist. Oh. Aber es wird aufregend. Also spielt ihr mit? Hallo. Dann lauscht meinem Plan. Einst hatte ich einen großen Haufen Gold rechtmäßig gestohlen, aber ich wurde beraubt von einem Käpt'n Wuck. Was? Piratensprache ist ein bisschen schwer zu verstehen. Käpt'n Wuck stahl meinen Schatz. Oh. Wisst ihr, Käpt'n Wuck ist ein furchterregender Pirat. Einige von euch kennen ihn unter seinem Decknamen. Opa Wutz. Ah, Opa Wutz. Der Plan ist, aus Käpt'n Wuck's Versteck meinen Schatz zu holen, ohne erwischt zu werden. Hurra. Alle sind begeistert davon, Pirat zu spielen. Hallo, Opa Wutz. Wir sind unterwegs. Vortrefflich. Vortrefflich. Opa Wutz und Polly Piepmatz bewachen den Piratenschatz. Möge die schwarze Galeone schnell und der Rückenwind mit uns sein. Was heißt das denn? Alle Mann zum Boot. Ho, ho, ho. Pirat. Und stopp. Zieht eure Schwimmwesten an. Auf dem Boot von Opa Clef müssen alle Kinder eine Schwimmweste tragen. Dieser lausige Käpt'n Clef sollte längst hier sein. Hier ist eine schöne Tasse Tee, Opa Wutz. Oh, danke, Opa Wutz. Na, endlich. Sind jetzt alle soweit. Herr Käpt'n Clef, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Und ich. Mama, wir haben Papas Fußballtrikot mit Matsch vollgespritzt. Oh. Keine Sorge, wir waschen es einfach. Wir waschen es ratzfatz. Papa wird gar nicht merken, dass es vollgespritzt war. Wir haben bestimmt noch was, was wir mitwaschen können. Oh, mein Kleid ist ja auch voll Matsche. Mama Wutz und Schorsch haben noch mehr schmutzige Wäsche gefunden. Sehr gut, Schorsch. Wir stecken die Wäsche hier rein. Und dann schalten wir die Maschine an. Die Waschmaschine füllt sich mit warmem Seifenwasser. Schwapp, schwapp, schwapp. Schwapp, schwapp, schwapp. Die Waschmaschine schüttelt die ganze Küche durch. Oh, Peppa, wo ist denn dein Kleid? Ich wasche es gerade. Was? Oh, nein. Guck, Mama. Mein rotes Kleid ist jetzt wieder ganz schön sauber. Ja, schon, Peppa. Aber jetzt guck dir mal die anderen Sachen an. Oh je, Peppas rotes Kleid hat die weißen Sachen rosa gefärbt. Rosa ist wohl keine so gute Farbe für ein Fußballtrikot. Oh. Papa Wutz kommt von der Arbeit zurück. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Ähm, Papa Wutz, wir haben da ein kleines Problem und ähm... Erzähl's mir später, Mama Wutz. Ich muss mich jetzt auf mein Spiel vorbereiten. Wo ist mein Fußballtrikot? Hier. Sei kein Dummerchen, Peppa. Das ist ein Kleid von deiner Mutter. Es ist rosa. Nein, Papa. Es ist dein Fußballtrikot. Es ist etwas Matsche drauf gespritzt. Darum haben wir es gewaschen. Und dann ist alles irgendwie schief gegangen. Liebe Güte, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, nach ganz nach oben im Haus. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm ... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen, mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett, mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder, versuch zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Boah, dormez bien. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja. Oh. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Volldampf voraus. Wiedersehen. Ich bin der Käpt'n auf dem Boot. Und wenn euch der Käpt'n sagt, was zu tun ist, müsst ihr das auch tun. Ei, ei, Käpt'n. Ei, ei, Käpt'n. Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Schorsch, hisst die Flagge. Schorsch, hisst die Flagge. Peppa, läute die Glocke. Peppa, läute die Glocke. Opa, darf ich mal der Käpt'n sein? Bitte. Okay, aber der Käpt'n muss diese Mütze tragen. Jetzt ist Peppa der Käpt'n und alle müssen tun, was sie sagt. Läute die Glocke. Dreh am Steuer. Ei, ei, Käpt'n Peppa. Hüpft auf und ab. Pippa übertreibt es ein bisschen. Vielleicht sollte ich wieder der Käpt'n sein. Wir wollen doch nicht irgendwo gegenfahren. Ein Boot zu steuern ist gar nicht so einfach. Zum Glück kann ich aber gut steuern. Oh weh. Das Boot von Opa Wutz ist gegen eine kleine Insel gefahren. Opa, wir sind gestrandet. Ich rufe Oma Wutz an. Sie kann Hilfe holen. Oh. Opa Wutz ist das Telefon ins Wasser gefallen. Opa Wutz am Apparat. Hallo? Hallo. 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 Irgendwie müssen wir eine Nachricht zu Oma Wutz schicken. Ah. Zu Oma Wutz schicken. Polly kann doch zu Oma fliegen. Gute Idee, Peppa. Und ich bringe Polly bei, was sie sagen soll. Opa Wutz sagt. Opa Wutz sagt. Hilfe. 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 Hilfe.